Was sagt der denn hier abkürzen? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn wirklich? Willkommen mein lieben Jongas und Nougat Schnitten zum AT&T Airways Formel 1 Grand Prix von Abu Dhabi 2013 Guten Tag Jay! Guten Tag lieber Felix und guten Tag liebe Jongas! Und natürlich Nougat Schnitten Wenn du jetzt auf Bereit klickst dann soll angeblich unten links kurz das Wetter stehen Dann bin ich ja mal gespannt ob da unten links ist bei mir noch die Maustaste So ich mach's nochmal weg Meine Maustaste Ne das ging so schnell weg also Also bei mir steht jetzt ein Ladebildschirm und da steht unten links Multiplayer Spielstatistik Richtig da steht bei mir auch Nichts Spannendes Ich versteh das nicht Ich glaub die verarschen uns die Zuschauer in diesem Fall Oder da links da steht Qualifyingwetter da war grad ne Sonne Qualifyingwetter das hilft uns ja nicht Aber eben das hilft uns ja nichts Eben das ist ja das Entscheidende Vielleicht kommt jetzt Vielleicht wenn wir jetzt da ein bisschen drin bleiben und uns das hier Oh ist das überstrahlt Also ich seh da nix an Wetter Ich seh auch nicht Ehrlich gesagt Ne ne Vielleicht hier noch kurz bevor wir bereit drücken Obwohl hier ist ja auch nix ne Jetzt kriegen wir ja nur den Fernseher angestellt Richtig Das ist natürlich geil dass wir das an der letzten Aufnahmesession quasi sehen Ne aber hier Session Übersicht Das steht hier da nehmen wir nix Nur halt um links um rechts die Sonne halt Ja Ich geh jetzt auch ein nach rechts so Oder zwei Nach einer langen kurzen Ja ich geh zwei nach rechts Abu Dhabi Regen ist auch unwahrscheinlich denk ich mal Bei nach rechts Mh Mit Topspeed Klar Aber da steht doch das nach Vorbeck von Monaco entworfen Ja aber es gibt eine lange und mehrere kurze Geraden Und die Kurven sind nicht so krass aufwendig finde ich Ja dann bleib ich im normalen Setup Scheiß doch drauf Oh was war das für ein hübscher Grafikfehler Egal Jetzt ging es gerade zack 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 Gehen sie auf einmal los So Go go Let's go Also letzte Aufnahmesession wie ihr vielleicht schon gehört habt Wir nehmen heute die letzten drei Rennen am Stück auf Das heißt für uns ist es das letzte Mal jetzt hier heute auch für diese Saison Das wir zusammen aufnehmen mal schauen wie es alles ausgeht Ein in die erste Kurve Oh ja Ich hab seit Ewigkeiten kein Formel 1 Wir haben seit Ewigkeiten Wir haben vor Weihnachten die letzte Aufnahmesession gehabt Das heißt seitdem hat die auch gar kein Formel 1 mehr gezogen Aber die Strecke kenne ich noch aus Weißt du aus Grid Hast du jemals Grid 2 gespielt? Ja ich hab das sogar Ich hab das aber Ich hab sogar glaube ich in Grid 2 diese Strecke auch gespielt Ich hab das insgesamt kaum gespielt nur so zwei drei Stunden glaube ich Oh ja das war eigentlich ganz witzig aber die haben auch viele blöde Sachen da gemacht Ich fand's sehr akkadisch und so Ja Das war da nicht ganz mein Ding So der ist an Du bist schon wieder ganz dick vorne hier gerade Ich bin direkt hinter Hamilton und Hamilton ist der führende anscheinend Jetzt bremse ich in ihn rein Wow was ist das denn für eine krasse Kurve Uiuiuiuiui Die ist wie jedes Jahr aber eigentlich Ja ok Jetzt bin ich aber vorne vor Hamilton aber nur knapp nur knapp Der ist wieder aktivieren nicht vergessen Und rechtzeitig anbremsen Früher als angezeigt wird wegen der er ist Ok lilan ist Zeit ich bin gerade erster Boah sehr schön nah leicht ins Schleudern gekommen Wow Pylone mitgenommen Wow 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 Ja die Pylone flog hier gerade noch Ja ist das fein Nein Schlechte Kurve Ja ich auch sehr schlecht genommen Hemmel ist jetzt vor mir schade 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 Eieieiei Ich bin nur schlecht am fahren Aber ich komm vielleicht nochmal ran Etwas spätgebremst Oh na Oh man hä Also ich mach ungefähr in jeder Kurve scheiße Bin nochmal richtig Arc ins Rutschen gekommen Leider Ach, das hat es nochmal ganz schön kaputt gemacht hier. Schade, schade, schade. Ich komme wahrscheinlich nicht bei... Ach, und jetzt habe ich auch noch abgekürzt. Ich bin Letzter. Jawoll! Klasse! Für mich war es auch nicht so toll, aber Top Ten immer noch. Neunter. Ach, und du bist natürlich ganz hinten. Ja, ich glaube, ich wäre irgendwann so auch auf Platz 11, 12 oder so gelandet. Scheiße! Ja, schade, schade. Egal. Jetzt musst du nur den Start überleben. Richtig, richtig. Nicht so wie in Japan bei mir. Ich bin gespannt, was jetzt rauskommt. Und der ist wieder enttäuscht. Ich möchte einmal einen fröhlichen sehen. Einmal habe ich es ja gesehen, einmal hatte ich ja die Pole. Aber die hat mir nicht viel gebracht. Ich glaube, Italien war das, ne? Das war ja Chaos pur. Damals. Ich sehe ja voll Two-Face-mäßig aus. Rechts voll... Was ist das hier? Das ist für mich links. Links voll dunkel im Gesicht und rechts hell. Wegen Fenster und so. Sieht so strange aus. Oh, Christ. Yeah! Cool! So, äh... Ja, ganz normales Wetter auf jeden Fall hier. Ja. Sieht es ausschaut. Ähm... Ja, das sieht definitiv nach normalem Wetter aus. So, Rennstrategie. Äh, ich starte mal lieber auf Hard. Ja, das kann ich ja nicht. Aber ich gehe in Runde 6 auf die härtere Mischung. Ja. Auf die Mischung. Wie viele Runden sind das? 14. Dann würde ich sagen, in der 8. Können wir dann rüber gehen. Wir müssen natürlich ein bisschen aggressiv mal gehen jetzt. Ja, ne, komm, nochmal. Nochmal, weil ich... Okay. So. Ich gehe in Runde 8 rein. Alles klar. 6. Aber ich starte ja auch mit anderen Reifen. Ich starte jetzt ja mit Weich. Ne, aber ist ja eigentlich keine Strecke, wo das so leicht passieren sollte. Am Start? Am Start kann natürlich alles passieren. Aber es ist jetzt da. Sind wir eigentlich immer gut durchgekommen. Bis auf Japan. Ähm, da kann ich mich ja noch dran erinnern, wie du... Das habe ich mir eigentlich extra angeguckt. Da meintest du, jemand hätte dich angeschubst. War im Endeffekt aber nicht so. Sondern du bist einfach irgendwo reingebrettert vorne. Das haben dann die Leute in den Kommentaren analysiert, weil deine... Weil deine KMH-Anzeige stetig war. Die wurde nicht plötzlich schneller davor, sondern die waren stetig. Nur die vor der haben halt gebremst. Du nicht. Ja, Frechheit sowas. Gibt gar nicht. So, auf geht's zum Start. So. Ich chillt dir direkt. Der hat mal richtig scheiß Start gehabt. Bei mir direkt ein Lotus-Send-Switch vorne. Und ich fahr ganz außen. Ich fahr ganz außen. Kein Stress. Einfach ganz außen fahren. Und bin gut durchgekommen. Aber ohne was zu überholen. Jetzt ein bisschen was. Komm etwas weit raus. Ich hatte viel zu viel Schiss am Start. Ja, ich auch. Ich bin auf dem 9. geblieben. Aber dafür ruhiger Start. Ohne Probleme. Jetzt anbremsen. Links anbremsen. Und kann man zwei, drei Plätze gut machen. Ohne so viel zu riskieren. Sehr gut. Zwei überholt. Das war sehr gut. Wow, 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 wow. Ich muss hier... Alter, ist das hier ein Durcheinander. So, jetzt kannst du wieder innen fahren. Da kannst du auch ein bisschen was gut machen. Ich bin schon auf der 5. Auf der 5 ist gut. Und viel Curse einsetzen. Ja, definitiv. Jetzt hier volle Pulle Curse. Das wird jetzt hier vorankommen. Also nach einem etwas vorsichtigen Start habe ich jetzt doch ein paar überholt. Das läuft eigentlich ganz gut bei mir. Ja, Hauptsache erstmal überleben. Viel zu spät gebremst, aber war gut für mich. Ich habe gar nicht so spät gebremst. Oh, nein! Da habe ich fast Waldo Nado weggerissen. Ich glaube, das war aber sowas von kurz davor. Eine Strafe zu kriegen. Beziehungsweise eine Verwarnung zu kriegen. Ich habe hier aber auch... Ich bremse gar nicht so spät. Die bremsen aber so einen Tick zu früh, habe ich das Gefühl, in den ersten Runden. Ja. Und dadurch kommt man dann arg ins Bedrängnis. Wie auch beim Indien-Rennen. Das Indien-Rennen, also das letzte Rennen, das war ja unglaublich gut, muss ich nochmal sagen. Haha, das war super. Ja, das hat richtig Bock gemacht. Dafür kommen wir auch nochmal zu so einem Rennen. Wow. Ich hatte wieder ein bisschen Schiss. Wo bist du denn gerade? Immer auf der 4 jetzt. Ah, okay. Na, 4 ist doch schon mal was. Definitiv 3, aber schöner. 3 ist schön. Platz 1 wäre noch besser. Ja, das stimmt. Während des ganzen Rennens trocken bleiben, wird mir gerade durchgesagt. Aber das könnte man ja erwarten. Ja, das sieht das hier auch aus. In der Wüste ist das ja... Ich weiß gar nicht, wie oft die da regnet. Ich glaube eigentlich nie während realen Rennens, aber Rennen, aber hier im Spiel hatte ich das irgendwann schon mal, glaube ich. Ja? Ja. So. Zack. Angebremst, ausgebremst, überholt. Rester, du bist der Nächste. Und zwar jetzt. So, und da fährt schon mein erster Punkt. Das heißt, auf der 11 bis jetzt. Ja. Okay. Aber ich komme hier irgendwie gar nicht so gut raus. Aber mache ich mein ganzes Kerst eigentlich auf der Geraden weg? Oder benutze ich das noch woanders? Nee, danach. Auf der zweiten Geraden würde ich es auch nochmal benutzen. Ja, okay. Auf der zweiten Geraden, weil wenn du dann nahe hinter dem anderen bist, kannst du mit Kerst manchmal vorbeiziehen. Ich kann jetzt ohne DS vielleicht ein Vettel vorbeiziehen. Direkt nebeneinander, direkt nebeneinander. Und ich bin vor ihm. Ich bin vor ihm. Das war ein grandioses Manöver. Jetzt rechtzeitig anbremsen und fass auch den Webber mitgenommen. Ja, das wäre schlecht. Ja, aber mitgenommen im Sinne von überholt. Ach so, okay. Ja, dann ist das natürlich gut. Nein, komm. Oh, meine Güte. Wenn das eine Strafe gibt, dann wäre das... Oh, bitte, bitte. Ja, klar. Dann drängen das nicht zwei andere Nummer ab. Wow. Was ist das denn da? Alonso und Webber weg. Oder so. Wo bist du denn? Ich bin auf der 2. Und hast du jetzt eine Strafe bekommen oder nicht? Nein. Was bist du denn für ein Lacker? Du haust hier zwei Dinger raus. Nein, nein, nein. Ich habe einen leicht berührt. Leicht berührt. Das wäre vielleicht ne Strafe gewesen. Habe ich ihn aber nochmal berührt, damit er so, weiß nicht, hat mich wieder so in die gerade gestopft. Und dann ist er ganz direkt halt so gedacht, nee, kein Bock mehr. Ich bieke jetzt ab. Dann hat es ein anderer noch hinten reingefahren. Und für den konnte ich nichts. Ach so. Und vielleicht hat der auch eine Strafe bekommen. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall keine Strafe für mich. Glück im Unglück. Und schnellste Runde für dich. Krass. Ja, läuft. Live bei dir. Und der ist es jetzt an. Ja, jetzt bin ich ein bisschen scheiße da aus der Kurve rausgekommen. Ich bin jetzt auf Platz 8. Das Auto hinter dir hat eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Schauen wir mal. Die PC KI kommt mir gerade, oder die Computer KI kommt mir gerade nicht so stark vor in dem Rennen. Das könnte ein Doppelsieg werden, wenn wir dazu weiterfahren. Oder? Könnte sein. Also ich bleibe jetzt bei Hamilton hinten dran. Ich habe jetzt gerade auch im ersten Sektor. Der zweite war jetzt nicht so gut. Aber der erste Sektor war Bestzeit. Nachdem jetzt keiner direkt vor mir war, konnte ich mich ein bisschen entfalten. Also mal schauen, was jetzt nachher raus wird. Mal gucken. Und du hast ja noch die beste Strategie, also, ne? Und mit den Autos um dich herum, da hast du die beste Strategie, schätze ich mal. Ja. Um hier ordentlich was zu reißen. Ich bin jetzt so... Ich hole dir auch gut auf. Bin im DRS-Fenster dran. Sehr gut. So. Und kann den Hamilton schon... Oh, ganz knapp. Fast hätte ich den Hamilton gehabt. Fast hätte ich ihn schon gehabt. So, jetzt aber nicht das gleiche wie letzte Runde. Nein, hier lass ich mal viel Platz. Nicht, dass der Hamilton auch noch wegrutscht. Ui, 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 ui. So, ganz in Ruhe. Wir machen halt hier heute mal ganz in Ruhe. Ja, Punkte sind es hier. Nach Platz 22 im Aquali bin ich sehr zufrieden, gerade hier Platz 6 zu sein. Und vor allem nach dem Boxenstopp bist du ja besser erst. Im Moment hast du ja die schlechteren Karten eigentlich sogar. Und trotzdem bist du so gut. Das heißt, da ist noch einiges möglich, würde ich mal behaupten. Schau mal machen. So, bei mir stand auch in den Kommentaren, ich muss vorsichtiger fahren. Ich muss geduldiger sein. Und genau das war ich jetzt. Ich bin auf der 2. Die 1 wartet, aber die wartet auch noch auf 10 Runden. Also, da kann ich jetzt ganz gemütlich mir ihn zurechtlegen und dann die beste Situation nutzen. Nicht, dass ich mir hier nochmal eine Strafe einfange und dadurch irgendwie alles kaputt mache. Nein, nein, ganz hoch. Aber jetzt bin ich sehr schnell hinterher mit. Aber nein! Ich nehme ihn noch nicht. Ich nehme ihn noch nicht. Aber wenn ich echt gar nicht gut fahre. Oh, 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 oh. Verwarnung wegen abkürzern. Und ich bin vorbei. Ich bin vorbei. Ich bin vorbei. So war es. Obwohl du abgekürzt hast. So war es nicht. Ja, so war es nicht gewonnen. Dann würde ich aufpassen, dass du den Platz zurückgeben musst. Habe ich ihm. Ich habe ihn Platz zurückgegeben. Sicher, sicher. Das war nicht fair. Weil sonst kriegst du auch Strafe, ne? Ja, ist das so implementiert? Ja. Implementiert? Ja, es ist implementiert. So. Echt? Aber nicht so. Sicher? Ja, ja. Aber dann steht das da. Ja, das stand bei mir nicht. Ach so, ja. Dann steht das da. Ja, das ist so wahr. Aber jetzt hier mit der S könnte ich an ihm vorbeiziehen. Aber es wird zu eng auf der Außenseite. Du sollst dich neue bereiten als du. Wir müssen versuchen, die Rücke konstant zu halten. Angeblich hat jemand hinter mir neue bereiten. Ja, wer denn? Ich. Du hast doch keine neueren. Du hast doch die. Ach so, du hast sie. Klar, ich habe neue, neue harte. Ah, okay, okay. Vielleicht meinen die das damit. Weil ich habe ja die Quali-Runde. Naja, aber neue sind sie nicht. Sie sind halt bloß hart. Ja, natürlich sind die neue. Du bist ja schon in der Quali-Zeit damit gefahren. Ach so. Ah, stimmt. Wahrscheinlich meinen die das. Da hast du recht. Da hast du recht. Da hast du recht. Da hast du recht. Und das ist echt. Ich muss ihn eigentlich überholen. Weil jedes. Wenn ich hinter ihm fahre, ist das Risiko so hoch, dass ich ihn jederzeit irgendwie abschieße. Ich brauche den Freiraum von mir. Nee, lieber nicht. Habe ich kurz überlegt, aber dann habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Wäre doch blöd, den abzuschießen. Wäre natürlich zwei Plätze für dich. Ja. Da hast du gedacht. Ja, mach doch mal. Ich sehe das schon da hinten. Ich sehe das schon im Kämpfen. Ja. Ich stopse den dauernd von hinten an, weil er so früh bremst. Wirklich? Das ist doch nicht wahr. Und dann beschleunigt der besser raus, weil ich zu viel Gas gebe. Das ist halt auch nicht. Das habe ich auch jetzt gehabt. Ja, die geben halt besser Gas als wir. Man muss halt progressiv da rauf gehen. Und jetzt hier wieder viel früher bremsen. So, jetzt habe ich mal gut gebremst. So. Und hinter mir kommen wir jetzt aber näher. Der Hamilton ist nicht mal schnell. Ach du, ist schon hinter mir. Ich hätte mich gerade fast abgeschossen. Das war ganz schön knapp. Ich hatte echt gerade Schiss. Ich musste gerade echt ein bisschen ausweichen. So weit nach draußen ist unfair. Ich hätte ihn wieder fast gehabt. Oh. Oh mein Gott. Was passiert? Uiuiui. Ja, ich bin irgendwie gerade auf einen rüberer Randstein gekommen. Und da hätte ich mich gerade fast abgeschossen. Ei, ei, ei. Aha. Du hast doch voll die Wand berührt, oder? Das sah so aus. Nee, nee, nee. Die abkürzen. Was sagt der denn hier abkürzen? Boah, ich war... Ey, was war das denn? Was war das denn? Was war das denn wirklich? Wo wärst du denn lang? Ja, alles klar. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, dann Hamilton.